Der Spiegel ist ein zentrales Element der Ausstellung. Er kommt in vielen Hinsichten vor. Er kommt einerseits als kunsthistorisches Motiv vor, er kommt andererseits in der Arbeit der italienischen feministischen Künstlerin Susanne Santoro vor, die eine große Inspiration für diese Ausstellung war und für viele Gedanken, die sich auch durch die Arbeit ziehen. Er kommt als architektonisches Element vor und er kommt als ein quasi optischer Apparat vor. Susanne Santoro war eine US-italienische Künstlerin, die eben als sehr junge Frau nach Rom gekommen ist und dort in den 70er Jahren Carla Lanzi begegnet ist. Carla Lanzi, die Figur, der diese Ausstellung eigentlich auch gewidmet ist oder die so eine Art Echoraum für diese Ausstellung bildet, Begründerin von Rivolta Feminile, eines der wichtigsten feministischen Kollektive in Rom, im Rom der 70er Jahre, das sie gemeinsam mit Elvira Barnotti und Carla Arcadi gegründet hat. Susanne Santoro hat in dieser Zeit eine Werkserie geschaffen mit dem Titel Spechineri, Black Mirrors, die mehrteilig ist, aus seiner großen Anzahl von Bildern besteht. Zwei davon sieht man hier auch in der Ausstellung. Sie hat uns zwei Werke zur Verfügung gestellt für die Ausstellung. Sie selbst wurde inspiriert von blinden alten Spiegeln in alten römischen Palazzi, zum Beispiel aus dem Palazzo Colonna. Diese Spiegelin wiederum hat sie fotografiert mit einer alten Kamera, die selbst auch wieder so quasi keine perfekten Bilder produziert hat. Diese Bilder vergrößert und dann wiederum überblendet mit anderen Fotografien und das Ganze wurde dann überzogen mit so einem reflektierenden Harz mit Resin. Man sieht das eben hier, diese Arbeiten reflektieren auch sehr stark die Arbeit direkt hinter mir. Es ist auch schön, jetzt davor zu stehen, weil sie ein Selbstporträt zeigt von Susanne Santoro selbst als junge Frau. Das ist auch das, worum sie in der Ausstellung unter anderem geht, nämlich auch um eine Kommunikation mit vorangegangenen feministischen Generationen, um daraus auch vielleicht einen Entwurf für eine feministische oder auch transfeministische Zukunft zu entwickeln. Und dieser Spiegel, der natürlich auch viel mit Blick auf sich selbst zu tun hat, mit Selbstrepräsentation, aber auch mit patriarchalen Perspektiven, wird in dieser Ausstellung zerbrochen in Fragmente, um so gewissermaßen auch das patriarchale Bild zu zerstören. Und das meine ich ganz wörtlich, ich komme jetzt vielleicht zu dem Spiegel als optischen Apparat, so wie ich das vorhin schon angedeutet habe. Also im Versuch, die Vergangenheit mit der Gegenwart kurz zu schließen und vielleicht auch in die Zukunft zu projizieren, haben Hannes Böck, mein Kameramann und auch Editor und wichtiger Gesprächspartner auch in dieser ganzen Arbeit gemeinsam überlegt, wie kann man ein optisch-ästhetisches Verfahren finden, das so eine Art von Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart auch wirklich sinnfällig und sichtbar macht und hatten dann die Idee, eben weil das Thema des Spiegels schon existierte, mit einem Spiegel zu arbeiten. Das heißt, die Kamera ist jetzt, sagen wir, ich bin die Kamera, ich bin auf dich gerichtet und neben mir steht aber als Kamera noch ein Stativ mit einem Spiegel drauf, so in einem gewissen Winkel, so dass die Kamera dich sieht, aber auch das, was da drüben passiert. Und so entstehen diese Bilder, die so aussehen, als wären sie überblendet oder als wäre das ein Effekt. Das ist tatsächlich ein Bild, in dem die Kamera eben zwei Bilder sieht, also die Wirklichkeit vor ihr und dann die reflektierte Wirklichkeit daneben. Und das Ganze ist so gewissermaßen eine Metapher für eine Verbindung von Zeiten und Räumen, auch metaphorischen Räumen, feministischen Räumen. Und dann kam es aber auch dazu, dass dieser Spiegel bei den Dreharbeiten ganz am Anfang schon mal runtergefallen ist und dann in so tausend Stücke zersprang, was eigentlich unheimlich gut war, weil wir dann mit einem Scherben weitergedreht haben und dieses Fragment dieser Spiegelscherben zu einem ganz zentralen Element auch meiner Überlegungen geworden ist. Der Spiegel spielt dann auch in dem Video eine Rolle, er wurde auch zum Prop, zu dem Bild, dass die Frauen, die in dem Video vorkommen, gemeinsam aufs Neue zusammensetzen, um ihr eigenes Bild zu entwerfen. Also so viel zum Spiegel als optischer und konzeptueller Apparat oder als so eine Contraption. Und dann ist es vielleicht noch wichtig zu sagen, dass dieser zerbrochene Spiegel gewissermaßen auch den Grundriss der Ausstellung darstellt. Wir sehen hier, es gibt zwei Wandfarben, es gibt Silber und es gibt Grün. Und die sind auf eine Art und Weise angeordnet, die vielleicht auf den ersten Blick zufällig wirkt, aber in Wirklichkeit beruht es auf einem sehr klaren Konzept. Und zwar besteht die Idee darin, dass dieser zerbrochene Spiegel, der neu zusammengesetzt ist, gewissermaßen zum Grundriss des Raumes wird. Wir sehen ihn nicht, er ist unsichtbar, aber es gibt in einer der Vitrinen eben so einen 3D, einen Ausdruck von einem architektonischen 3D-Modell, wo man sieht, dass der zerbrochene Spiegel gewissermaßen der Grundriss der Ausstellung ist. Und immer wenn eine Bruchlinie des Spiegels die Wand berührt, beginnt da eine Farbe. Und so wechseln sich diese zwei Farben ab, das Silber und das Grün. Und die Farben wiederum haben was mit, das Grün hat was mit dem Verlag Evolta Feminile zu tun, dessen Publikationen hier auch recht präsent sind in der Ausstellung, auch mit der Publikation Lacerada Pio Lunga von Maria Grazia Chinesi. Und die Umschläge dieser Publikationsserie, die auch von Carla Lonsi gegründet wurde, waren immer das Grün. Daher kommt das Grün als Referenz. Und das Silber ist gewissermaßen auch eine Referenz auf Kino, auf Filmmaterial, aber auch auf Beschichtungen von Spiegeln. Zach gee ich Ten Baig Baig tightened Baig Baig David Baig velmente